Es geht weiter mit Final Fantasy 7 Rebirth. Wir haben gerade ein wenig unsere Charaktere eingestellt und jetzt geht's wieder in die Action. Alle sind geheilt, alle haben Kraft, jetzt geht's los. Das ist die Mine, in der wir jetzt gerade sind. Wir sind in der Mithril-Mine. Da sind sie. Wir schauen uns natürlich überall um. Mir wäre ja kein Rollenspiel, wenn ich mich nicht umgucke. So. Shit. Ich hoffe, dass sie gut sind. Ja. Aber wenn nicht, nichts können wir tun. Right. Ich weiß nicht. Wir sollten nicht einfach sie verlassen. Weißt du was? Ich gehe zu checken. Okay. Ich komme auch. Nein. Du bleibst. Ich weiß, was ich hier mache. Du nicht. Das letzte, was wir brauchen, ist, dass du uns aufhörst. Gut, dass ich gerade umgerüstet habe und Barret in mein Team aufnehmen wollten. Entschuldigung, weil... Ich hoffe, dass ich... Ich meine... 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 Schnellreise zur Zeit nicht möglich. Ah, mein Arm juckt. Warum? Okay. Fertigkeit, Analyse. Wirksam, Feuer. Somit haben wir sie. Auch das ist eine Materie. Uh, jetzt fängt es an. Materia. Da ist nix. So, was haben wir? Materia FP Boost. Können wir gleich bei Aerith einbauen. Da. Ist schon auf Max, okay. Ob die sich auch ungefähr daran gehalten haben, was man wo findet? Das ist noch eine Waffenkiste. Analyse. Da. Wirksam, Eis. Magie. Eis. Ja, das ging doch recht vernünftig. Ah, jetzt haben wir mal neue Handschuhe für Tifa. Ausrüstung, Tifa, Lederhandschuhe. Da geht's. Warte mal, wo geht's weiter? Da anscheinend. Okay, wir gucken uns hier erstmal um. Da ist ne Kiste. Magie, Feuer, Dampf. Gut getroffen, würde ich mal sagen. So. Äh, da ist die Treppe. Da geht's weiter. Okay, die in die Richtung. Ich konnte mich an diese... Ich weiß, es gab die Mine. Ich konnte mich nur nicht mehr ganz dran ändern. Aber klar, irgendwie musste man ja über das Gebirge nach Juno kommen. Magie, Feuer, Dampf. So, funktioniert auch ganz gut. So, wir schauen auch hier in die Richtung. Uh, da ist ein größerer Gegner. Den hauen wir um. Fertigkeit, Analyse. Da hab ich gar nicht geguckt. Ja, ich principles phrases nicht. Das ist steht in die Richtung. Meist an einsten. Das handicappelle. So, haben wir auch erledigt. Jetzt müsste ich nur leider gucken, was diesen Ogre schwächt, weil das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Okay, da geht es auch runter. Okay, also wir könnten da runter, da wo wir jetzt hingehen, geht es aber weiter. Da runter. Ja, Kletter. Nibelsaat. Nibelsaat. So. Was hier jetzt besonderes, oder geht es da jetzt einfach nur wieder hoch? Jo. Einfach nur wieder hoch. Genau, da bin ich hergekommen, dann hier diesen Weg. Oh. Ein größerer Gegner und da ist eine Kiste. So, Analyse. Wir wollen ja wissen, wirksam gegen Luft, okay. Fertigkeit. Ja, so kann man es auch machen. Fünfmal Eisenerz. Das ist doch ausgezeichnet. Gut. Da geht es nicht runter, okay. Ich mag meine Medaille, wuhu. So. Ist hier noch irgendwas? Ne, ne? Aber hier ist auch recht dunkel. Das. Da muss ich nicht nur ziehen. Wauw, dieses Ort ist großartig. Was ist das? Hoffentlich. Ich kann es nicht rausnehmen. Mal sehen. Hm. Hm. Okay, dann erstmal in die Richtung und gucken. Nur mal gucken. Okay. So. Ah, da liegen schon wieder Sachen. Dimm. 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 Da ist eine Kiste, da ist ein Gegner. Ja. Ja. Dimm. Sachen gesammelt. Kiste geöffnet. Aufzug ist beschädigt. Hier ist nix. Okay. Das ist verschlossen. Okay, also. Da ist kein Weg. Da könnten die Mädels rein. Da könnt ihr euch auch mitmachen einfach. Da oben liegen Sachen herum. Da geht es runter. Okay, dann komme ich gleich runter. Okay, da sind zwei Ogre. Bevor ich die mir aber angucke. Jetzt muss ich mal kurz die Gegnerdatenbank. Gegnerdatenbank. Ne, nicht Gegenstände. Wirksam Feuer. Okay. Ich glaube, der war gegen Eis allergisch, ne? Magie, Eis. So ungefähr. Okay, also hier war nicht mehr als das. Ah, und hier noch der Weg. Ich schaue nicht so intensiv auf die Karte, weil ich mich in Ruhe umgucken möchte. Ohne ständig auf die Karte lunzen zu müssen. So. Kiste, Kiste. So. Weiter. Ne, ne. Ne. Äh, hier liegt noch. Okay. Der ist kaputt. Dann jetzt nach oben und Ober umliegen. D, D. Okay. Magie. feuer drauf magie feuer drauf hast es jetzt Magie, äh, Gegenstand, Supertrank, Klaus. Stimmt, mit Iris habe ich noch nicht gekämpft. Habe ich jetzt einen? Nein. Magie, Feuer. Die haben es in sich gehabt, die Jungs. Wie sieht es aus? Jetzt habe ich keine HP mehr. Da müssen wir erstmal so durch jetzt. War hier noch was? Nee. Entschuldigung, keine MP mehr, keine HP. Schwachsinn. Gut, dass wir weiter nach oben gehen, wenn wir eigentlich nach unten müssen. Ich sehe keine schwarzen Römer. Haben wir sie verloren? Wir haben noch Zeit, um zu fassen. Ich glaube, dass sie noch immer in der Welt sind. Na, hier können wir wieder uns ausruhen. Das bringt uns, glaube ich, gerade nichts. Aber hier können wir nochmal was einkaufen. Kaufen! Kaufen! Ich glaube, heilen kaufe ich nochmal. Gibt das einem der Mädels. Und warum nicht Ares? Weil Ares halt Ares ist. Na, jetzt bin ich soweit, glaube ich, wieder auf. Jo. Perfekto. Hier war nichts mehr. Dann weiter. Schon eine große Map, ne? Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob ich falsch bin, aber das ist ein schönes, langes All-Expense-Paid-Vacation. Na ja, mehr oder weniger. Warte, Glückwunsch. Keinmal. Er ist aus seinem Geist. Wahrscheinlich erinnert es. Was ist falsch? Es ist nichts, einfach weiter zu sprechen. Serious? Was sind wir denn hier? Entschuldigung, aber ich muss es sagen. Diese Mission? Es macht keinen Sinn. Warum verbrauchen wir unsere Zeit, diese hoodeden Weirderen herum? Ordens sind Ordens. Die Weisen und Weisen sind nicht unsere Wunschung. Allein heißt sie, glaube ich. Vielleicht braucht ihr eine Vacation. Also über ihn, Herr Workaholic. Was ist das? Ich sage, dass wir ihn unterbauen. Ich meine, das ist was Sung-Sung machen würde, wenn er hier wäre. Scheiße. Wer ist da? Schmerz. 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 Nein. Freakin. Wääh! . Nein. Ja. Okay. Und dann her. Ich schmerz. Es ist Wirksam, ok, leichter Resistent, schlagreicher Resistenz, Immun, ok. Wen hatte ich jetzt gerade analysiert, gut, ne, jetzt kann ich Elena analysieren. Wen. Und Hacken Drill. 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 Oh, Beschwörung. Und Hacken Drill. Okay, komm, wir probieren mal Zauberfall. Esper-Fertigkeit. Esper-Fertigkeit. Warte. Ordentlich gelegt. Und Hacken Drill. 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 So, jetzt haben wir auch offiziell die Turks getroffen. Wir sind gut. Wir nehmen nur einen schnellen Dippen, um den Grime zu bekommen. Sie sehen einen Weg zurück? Wir finden einen. Wir treffen uns bei der Exit. Okay. Hm? Hojo's lab was filled with men like this. Mako poisoned. Every last one of them. Poor bastards. What do you think their deal is? Where they going? They're following Sephiroth. Or so Cloud seems to think. He did say that. Let's hope the boy can keep it together. Oh, da. Barrett kann mit... Okay. Reizband der Rebellion. Ja komm, nehmen wir noch einmal für 500 mit. So. Sonst haben wir aber glaube ich alles, ne? Jo. So. 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 Dann können wir noch einmal hier an dieses Gerät gehen. Nicht an dieses Gerät. Sondern an dieses hier. Äh. Wir haben ja BP bekommen. Das haben wir schon gekauft. Haben wir auch schon gekauft. Das kostet 10. Kann man auch eigentlich dabei belassen. So. Ausgeruht haben wir uns noch nicht. Mein Problem ist glaube ich, dass... Red 13 jetzt nicht wirklich irgendwas hat. Ausrüstung. Red 13. Ne, der hat keinen Zauber. Das ist das Problem. Aber gegen diese Gaggenau, die wir da jetzt haben, brauchen wir einen Zauber. Ja. Bitte mal da wegnehmen. Und... Äh. Wir bauen hier hier Schieber ein. Genau. Perfekt. So. Und das speichern wir. Und dann machen wir nämlich auch Feierabend für jetzt. So. Diesmal mit tun. Dann geht es in der nächsten Folge oder am nächsten Mal weiter. Bin gespannt. Auf jeden Fall. Zählt sich. Und ich find's cool. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und... Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.